Hallo Freunde der Spielkultur, das ist ein Video, das bin ich, der Imperator, und ich spreche in diesen. Tja, und warum spreche ich heute in diesem Video zu euch? Ganz einfach, ich bin wieder da. Für alle Leute, die bei Facebook oder nicht meine App besitzen, beziehungsweise Facebook nicht geliked haben, nicht meine App besitzen, und auf Twitter, mir nicht Followern haben, vielleicht gemerkt, die Tage war es ein bisschen ruhiger, ein paar Videos fehlten vielleicht zwischendurch auch, was damit zu tun hatte, dass YouTube mich gesperrt hat. Um dort direkt Fehler auszuschließen, es hat eigentlich nichts mit meinem Kanal zu tun, YouTube hat einfach nur gerne mal ein bisschen Community Strikes verteilt, also hat gesagt zum Beispiel zu meinem alten Doom Let's Play von vor ein paar Jahren, Ach ja, das sieht ja irgendwie sehr gewalttätig und brutal aus, deshalb sperren wir deinen Kanal jetzt, beziehungsweise wir verwarnen, das war das gegen unsere Community-Richtlinien des Hasses und der Gewaltdarstellung und so weiter. Ja, verstößt. Dabei handelt es sich dabei um einen USK-18-Titel, der natürlich auch altersbeschränkt angeboten wurde, beziehungsweise es war die Altersbeschränkung angeschaltet für die Videos, und ja, es ist halt eingestuft, ja, der 18. darf das sehen in Deutschland und deshalb war das natürlich eine Falscheinschätzung von YouTube. Und dann ist natürlich auch noch die größte Messe in Videospiel-Area-Bereichen, die es überhaupt gibt weltweit, nämlich die Gamescom. Ich habe einen Haufen Material auf diesem USB-Stick, auf dieser Festplatte, auf diesen USB-Stick, auf diesen USB-Stick, auf dieser SD-Karte, auf, äh, noch einer Festplatte, die da liegt, äh, Walking-Material auf meiner Kamera, dass ich alles, äh, ja, nicht bearbeiten, beziehungsweise bearbeiten schon, aber nicht hochladen konnte, wo ich jetzt nach und nach, äh, mich mal durchwerke und das Ganze machen werde. Auf jeden Fall danke YouTube für die paar Tage Pause über die Gamescom und dafür, dass ich dir das Exklusiv-Material von Arno1800 auf einen separaten Kanal hochladen musste und das nicht auf meinem eigenen Fall veröffentlichen durfte. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Das war auch schon eigentlich alles, was ich sagen wollte, ähm, es geht jetzt nach und nach wieder los, es gibt aber eine Änderung, die wir machen werden in Zukunft, und zwar werden wir nicht mehr auf YouTube streamen, sondern auf Twitch zukünftig. Ich werde noch ein paar Einstellungen testen müssen, wie das mir letztendlich mit den Streams am besten läuft, da, ähm, von der Kilobyte-Rate, etc. So, der eine oder andere hat noch Probleme, da müssen wir uns noch ein bisschen einpendeln, aber mir gefällt Twitch inzwischen besser als früher. Ich weiß, ich habe immer gesagt, Twitch-Stream wäre jetzt nicht so mein Fall. Ähm, jetzt nach der Gamescom würde ich sagen, okay, machen wir es mal. Die Tools drumherum sind cool, es wurden viele Sachen ausgemerzt, wo ich früher gesagt habe, das ist total kacke, das würde ich auf keinen Fall machen. Ähm, oder Qualität ist halt schlecht und so weiter und so fort, aber das hat sich ja auch gebessert. Es geht einfach von den Interaktionen her bedeutend besser mit dem Publikum. Ich kriege viel mehr Informationen über das Dashboard bei Twitch als eigentlich bei YouTube, und YouTube, äh, hat im Moment gerade bei mir ein bisschen auch so verkackt, so durch die letzte Aktion, auch wenn ich jetzt wieder freigeschaltet bin, nach, ähm, knapp fünf Tagen, wenn ich mich recht entsinne, ähm, aber deshalb zukünftig Streaming bei Twitch-Kanal in der Beschreibung. Einfach mal rübergehen und vielleicht jetzt schon mal Followern. Zum Schluss nochmal Dank an alle Patreons, die mich natürlich supporten. Äh, vielen, vielen Dank, dass, äh, auch ein paar dazugekommen sind, jetzt über die Gamescom, obwohl ich jetzt gar nicht so großartig was machen konnte. Bis jetzt auf jeden Fall. Die nächsten Tage wird einiges kommen, was in die Richtung geht von, äh, ja, Spiele, die ich gesehen habe, Spielvorstellungen, ähm, und, und, und so weiter. Und auch natürlich ein Video allein über die Gamescom, was habe ich gemacht, was habe ich erlebt. Ansonsten, ja, sehen wir uns und hören uns in einem anderen Video. Bis dahin, Tschöle.